In den strahlenden weißen Hallen des Himmels stand Petrus auf seinem Posten am goldenen Eingangstor, um die ankommenden Seelen zu empfangen. An diesem Tag war eine ungewöhnliche Mischung von Seelen auf dem Weg zu ihm. Unter ihnen war ein Busfahrer und ein Pfarrer. Der Busfahrer, noch immer mit seiner Kappe auf dem Kopf, betrat den Himmel mit einem leichten Schritt. Er wurde von Petrus sofort herzlich begrüßt, als würden sie sich schon lange kennen. Der Pfarrer hingegen wurde vorerst abgewiesen, was ihn verwirrte und zugleich empörte. Verwirrt wendet sich der Pfarrer an Petrus und fragt, warum wird mir der Eintritt in den Himmel verwehrt, während der Busfahrer so herzlich empfangen wird? Petrus mit einem sanften Blick erklärt, schau mal, in deiner Kirche haben die Leute oft geschlafen, während du predigst und bei dem Busfahrer haben sie gebetet.